Was bedeutet flexen? Flexen ist ein vielseitiges Wort, das je nach Verwendung eine andere Bedeutung hat. Dabei wird es von Handwerkern bis Wrappern benutzt. Also was hat es damit auf sich? Flex, das ist ein Name eines bekannten Elektrowerkzeugs, mit dem sich Gegenstände abschleifen lassen. Flexen wird also oft mit dem Wort Winkelschleifer gleichgesetzt. Besonders unter Handwerkern ist diese Bezeichnung schon lange gang und gäbe. Die wohl größte Verwendung findet das Wort bei der Jugend, allerdings unter der Bedeutung angeben. Wenn du mit deinen neuen Uhren prallst, flexst du. Mit jemandem flexen, jemanden wegflexen oder durchflexen kann auch bedeuten, dass man mit dieser Person Geschlechtsverkehr hat. Entstehung. Im handwerklichen Bereich hat sich das Wort von einem Winkelschleifer abgeleitet, der so hieß. Anstatt Winkelschleifer sagt man flexen. Separat davon hat sich aus dem Englischen von Two Flags das Jugendwort Flex abgeleitet. Ich hoffe, ihr habt wieder was extrem Wertvolles für euer Leben dazugelernt. Ciao mit V und Küsschen aufs Nüsschen. Ciao Leute.